Hallo, lass uns warten. Habt's nicht gesehen? Ja, wenn ich's nicht seh, kann ich nichts sagen. Hier gibt's einen GPS mehr empfangen. Hier gibt's nen Weg, wie heißt der? Hermann Lönschen. Hermann Lönschen. Die war offen, die Schranke, ne? Ja, klar. Ja, dann mach ich die ganz offen und lass sie auch offen. Ja, weil dann sieht's wenigstens so aus, als wäre Riepen aufgeregt. Ja.